Die Kaffee-Obarista-T verfügt über einen All-in-One-Auslauf mit separaten Düsen für Kaffee, Milch und Heißwasser. Vorteil des All-in-One-Auslaufs ist, dass ihr alle Kaffee-Variationen mit oder ohne Milch herstellen könnt, ohne die Tasse zu verschieben. Bei der Kaffee-Obarista-T sogar zusätzlich zwei Kaffee- oder Kaffee-Milch-Getränke gleichzeitig. Mit einer Höhenverstellbarkeit von 14 Zentimetern könnt ihr auch hohe Latte-Macchiato-Gläser ohne Probleme unter den Auslauf stellen. Viel Spaß mit der Kaffee-Obarista-T. Euer Arthur vom Melitta-Team.